So weiter. So ist wichtig. So ist gut. Ich habe gesagt, du sollst vorsitzen. Mag jetzt, bleib gerade sitzen. Hände vor. Ich mache jetzt eine Traversale vor. Und hier wirklich so die Mittellinie an den Zuck, zuck, zuck rüber. Warte ein bisschen lauter bitte, ich höre es nicht. Was sagen Sie? Ja, ein bisschen lauter reden. Ja, ein bisschen bitte.